so hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble wir wollen heute die miene weiter erforschen und da mal schnell auf dem weg die zeit ist knapp und ja genau was ist denn hier gewesen ich glaube das war nicht der weg den ich lang gehen wollte ich verlaufe mich jetzt schon ganz am fach hoch da geht es runter also gehen wir da auch schon mal nicht lang zu tief hoch 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 was gibt es denn hier schönes da komm hoch spinne komm spidey hitzi hitzi ach der ich habe gar nicht gesehen das kann doch nicht wahr sein oh hier ist eisen 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 schnell mitnehmen eisen kann man immer gebraucht kohle ist auch gut kohle ist kohle ist ich bin mir ziemlich sicher dass ich von da kommen das muss hier sein ja was kann man denn noch hier schönes machen kohle ist das ein ganz normales Miene oder kohle 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 night Wie geht es hier eigentlich? Oh. was gibt es noch nicht oh lava 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 ist gut in der nähe ist meistens immer diamanten und ein bisschen härteres material wie eisen und diamanten abzubauen brauche ich später eine eisenspitzhacke für die die das nicht wissen ich höre hier was zomis ich sehe keine zomis dann noch mal ein bisschen eisen oh pils ein ganz menge voll pils also ihr seht wahrscheinlich dass sie mich sowieso immer hier verlaufen in solchen Minen oder in ein paar Tunnels oder Höhlen, Tunnel, Höhlen, ist ja kein Tunnel, ist ja eher eine Höhle ich hoffe nur dass ich den richtigen Ausweg nachher finde, ansonsten muss ich ganz gerade hochkramen, bis ich irgendwo ankomme manchmal komme ich mitten in Wasser raus, dann bin ich meistens tot, weil ich dann nicht mehr weiß wo ich war, wo ich hinschwimmen muss hier ist viel Kohle ich möchte die Höhle erkunden, aber ich komme nicht dazu, weil ich im Eis abbauen muss was ist das für ein Kuraisch? das habe ich ja noch nie gehört oh ein Creeper ha ha da haben wir den gecreepert da geht es weiter runter was war das? ich höre Zombies ich sehe nichts oh da unten ein kleiner Zombie, oh wie süß ich kann hier so rüberkramen dann komme ich oh was ist das? Hilfe zurück zum Spiel ich sehe nichts ich sehe noch was schön ist ich sehe noch was schön ist So, wer ist platt? Blumen, Baum sind denn Blumen hier unten, oh, hier gibt's Gold und Redstone, ich hab, ah, ich hab keine Eisenachst, nein. Schnell, ich brauch eine Eisenachst, Eisenachst, so, Kohle rein, Eisen rein, oh, Diamanten, genau das, was ich haben wollte. Ich mach jetzt mir hier erstmal einen schönen Rand um die Lava, damit ich da nicht hineinfalle, was mir trotzdem manchmal passiert. Warum, weiß ich auch nicht. Der muss noch weg. So, der muss weg. So, der muss weg. jawohl ich habe jetzt eine eisenachs mit der eisenachs kann ich jetzt auch endlich redstone gold und so andere sachen abbauen so erst mal eine redstone abgebaut dann machen wir erstmal jetzt diamanten abbauen das war nicht viel wie viel war das einer sind ja noch mehr redstone da ist eine höhle eine weitere nur mit eisen auch nicht schlecht ich suche aber jetzt erstmal kurz diamanten und redstone mit redstone kann man so viele sachen machen halt ganz viele sachen aber fürs überleben sozusagen ist redstone eigentlich nicht gerade wichtig sind so kleine spielereien man damit machen kann würde ich jetzt so sagen wenn auf ein single server ist hey werbung gewählt dann bringt der redstone sowieso nicht ich möchte noch diamanten haben ich möchte noch mal mal kurz, wo ist Kies, da ist Kies, ein bisschen Kies reinschmeißen, weil ich möchte ja jetzt den Redstone darum abbauen ups, das war der falsche, ich brauch die Eisenspitzhacke, deswegen muss ich die ein bisschen schonen und ich glaube am nächsten mal, warte mal, zurück zum spiel, sag, beim nächsten mal werde ich dann das portal in einer anderen dimension machen aber erstmal brauche ich noch ein bisschen diamanten sonst bringt das nichts Mensch, wo sind denn noch hier diamanten gibt es hier keinen diamantenscanner so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, wie schön ich das vermisst habe. Jetzt noch ein bisschen Zucker. Kein Zucker da, kein Zucker hier. Dann gehen wir mal rein, schließen die Tür, bevor jemand kommt, der nichts Gutes in Schäden hat. Und wir werden ein paar Brot erstellen. Hier noch was. Wasserfischchen. Kein Interesse. Auf geht's. Wieder zurück. Bereit machen fürs nächste Mal. Und dann hoffe ich, dass ich da weiterkomme. Ach, war das anstrengend gerade. Da ist es. Oh, schon ist das leer. Aber egal, das müsste reichen. Ich glaube, ich nehme... Noch ein paar fucking mit. Willkommen. Ruh. 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 so ich hoffe ihr habt den spaß und bis zum nächsten mal tschüss